Willkommen, Freunde, zurück bei Assassin's Creed D-Unity. Wir sind hier unterirdisch unterwegs. Du wirst nicht verschont. So, zwei Kopfschüsse. Freiheitskämpfe haben wir gerade freigeschaltet. Darf ich die Truhe jetzt vielleicht mal öffnen? Danke. So. Okay, komm her. Quatsch. Das war keine Herausforderung. So, die tun lieber auch mit. Börserbomb voll. Okay, erstmal wieder hier hoch. Ach du Scheiße. Das kann interessant werden. Wir lösen den Kommandanten platkriegen. Oh lauter Gott. Moment. Oh! 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 Ah! Oh! Oh! Lauft, Leute. Leute. Meine Güte. Pfuh. Ah, ja, ja. Wieso? Das nehmen wir mit. So. Wir haben alle Leute blinde, die hier entweder wir Tumicin für uns haben. Da haben wir auch schon mal gezielt. Hier ist erstmal diese Kiste hier. Das werden wir bald erfahren. Da haben wir noch eine Truhe. Hoppalo. So. 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 Das nehmen wir auch noch schnell mit. So. So. Das ist so. So. So, der ist weg. Irgendwas zu sagen. Da oben. Ja, okay. Das war unnötig. Ich weiß, aber... Die Tür ist doch unten. Stell dich! Du! Bleib stehen! Du entkommst nicht! Komm, du erst mal hier runter, dann drehen wir weiter. Jetzt hab ich dich! So! Gut. Ich hab' den Beach verlassen. Geht das von hier oben? Voment! Ein Schirr, du sagst! Und sei Reichtum! Hammer! Watsch! Watsch! So. Und Tschüss! Was? Ich hoffe ich gehe jetzt gerade in die richtige Richtung. Oha. Ok wir kommen hier raus. Haha. Spielt nach unseren Regeln oder sterbt. Aber jetzt reicht's. Du nimmst mir den Sieg nicht. Du Leiche. Dann fang mal mit dem Beten an. Komm. Bleib da stehen. Meine Güte. Das war aber jetzt wieder. Sehr knapp. Wow. Ok. Ok. Direkt weiter. Was? Wie geht's dir? Was? Würdest du... Hey! Das gehört dir nicht! Ah! 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 Ab dich! Ab dich! 22 von 44. Wir müssen noch ein paar Diebe fangen, oder so, in der Richtung. Ja, dann versuchen wir uns zu... Das ist in Ordnung, mein Freund. Was ist denn die Tür? Hier ist sie, okay. Was ist drin? 1250. So, und der Typ ist... Also die Mission, die ist hier. Ja, das ist heavy, aber... Hol den Router uns. Ach, da geht's... Ne, da geht's nicht rein. Wo ist die denn? Wartet mal. Da kommen wir nicht rein. Das bin ich verwirrt. Was ist das? Ja, das ist... Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Verdammt, wo ist das? Das muss unter uns sein. Hier gibt es doch nichts, wo wir runter können. Hier hin? Das ist doch alles schlitt weit weg. Das kann doch nicht sein. Du bist schuld. Okay, wie kommen wir jetzt zu dieser Mission? Hier unten kommen wir auch wieder zu herein. Wir verfluchten, gemäßigten Taktur als Opser. Wir müssen irgendwie nach unten kommen. Okay, wo... Ja, entweder... Ich will versuchen, was von da, aber... Was da noch reingeht, ist doch dann ein bisschen blöd gemacht, wenn das wirklich jetzt so sein sollte. Oh, dann müssen wir da jetzt auch erstmal irgendwie hinkommen. Wie kommt... Jetzt kommen wir da auch nicht hin? Was ist das denn für ein Mist? Das gibt es doch gar nicht. Wartet mal. Komm! Komm! Halt dich lieber fern, wenn dir dein Leben lieb ist. Okay. Aber ich bezweifle gerade, dass das, was ich hier vorhabe, richtig ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber einen anderen Weg. Nee. Okay. So. Mal schauen, ob wir von hier unten ist. Wir laufen halt komplett in die falsche Richtung. Das kann doch nicht stimmen, wir müssen in die andere Richtung. Da müssen wir hin, wir sind... Ne, warte, das ist... Von da aus kommen wir nicht hin. Da müssen wir weg, da müssen wir da hin, da... Okay, Freunde, ich glaube, wir müssen das Ganze von da aus machen. Ich hoffe, es war hier erstmal hier raus. Und, wo ist es jetzt hergekommen? Ich glaube, hier. Alles wieder zurück, Marsch, Marsch! Und dann die andere Treppe. Wir schuppen! So, war... Schupp... Was ist hier? Hallo Leute! Der tippe ich auch nichts mit. Komm, lauf! Also... Habt ihr doch gesagt, die Straßen gehören dem Volk! Ihr seid am Ende! Ach! Ah, nicht den Baum hoch! Huch! Nein! Jetzt geht's wieder hoch! Was machst du da? Habt ihr das gesehen? Ihr kam einfach rein und... Dieb! Hilfe! Ich wurde bestohlen! Bestohlen! Pisch! Schau! So! Komm, lauf weiter! Was zum Teufel ist da los? Dann müssen wir hier wieder rein! Alter, Schauderer! So! Okay! All das Ganze von hier versuchen! Karte! Nein! Hab' ich dich! Das hab' ich nicht getan! Kommst du hier nicht raus? Du entkommst dich, du Meister! Au! Was kann euch nun mal tun? Ok Und nun zum Artefakt Verzeihung Ein meisterhafter Dieb Herzlichen Dank Und was ist mit dem Kommandant? Sag ihm, dass ich kündige Was jetzt? Ja, was fragst du uns? Extra für dich Leon, wie hast du mich gefunden? Ich weiß, was ich tue Ganz Frankreich zählt auf dich Kleiner Mann Danke Und jetzt verschwinde, das ist mein Ernst Warum? Ich will herausfinden, was sich im Tempel verwirkt Und der Kapitän? Er wird scheitern Denn ich bin Assassine Das ist mein Ernst Das ist mein Ernst Das ist mein Ernst Das ist mein Ernst Ah ja So Ok, soweit dazu Nein Nein, 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 nein Dämlicher Idiot Ah 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 nu So Mal Was ist das denn jetzt? Ok Ok Äh Ja Schön Und jetzt? Was müssen wir nochmal drauf treten? Geht gar nicht Geht gar nicht Hier geht's noch weiter Hopp Oh nein Das ist ein Mann Geld Ich mache es nicht Ich spiele Los geht's nicht Los geht's nicht Los geht's nicht Los geht's nicht Wie stellt ihr euch das denn jetzt vor, Leute? Warte mal. Okay. So, irgendwas für Viecher sind. Wie soll ich denn mit einem Wasserfall vorbeigekommen? Jetzt spring doch. Ach, daneben nicht. Hopp. So. Ah ja. Okay, zack. Kommt ihr hier hoch? Okay, sehr gut. Gut. So. Nee, stopp. Der sagt, das ist ja der Wasserfall. Nee, ist ja nicht Quatsch. Anseits ist der Wasserfall. Ich muss hier durch. Hopp. So. 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 Sehr gut. Wer hat das erbaut? Meine Güte! Ich bin nicht bereit, dass mich zu meiner Fahne auskommt! Lauf nur! Als erstes durchbohre ich dir deine Lange! Werden wir das jetzt? Du nimmst mir den Sieglicht! Mein Schwer wird dein Tod sein! Du dann! Wir lassen die... Wir bekämpfen die einfach jetzt gar nicht! Wie komm ich da rein? Geh auf, verdammt! Okay, Freunde, aber... Ich würde mal sagen... Wir machen den nächsten Part weiter. Für heute sollte es erst mal gewesen sein. Ich sag vielen Dank! Bis dann! Und... Ciao!